Unendliches Wissen, Datei freigegeben. Ihre offene Mündung verteilt den Kuss des Todes. Brennendes Vietcong Basislager Mito Vietnam 1968. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Mitglieder der 2. Infanteriedivision rücken unter MG-Beschuss in die Außenbezirke von Brest, Frankreich, vor 1944. Was ist denn da oben? Nicht das da? Führt die Jugend. Das da? Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus. Unionstruppeninformation Beaufort, Süd-Carolina 1862. Das hier. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Die erste Abbildung einer Schusswaffe von 1900. Was ist das denn für ein Code? B2. Aber wir suchen wahrscheinlich wieder so ein Bild. B2. B3. B3. B2. B3. B4. B3. B3. Guck mal, ob ich es vielleicht einfach so sehe. Das verwirrt mich. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Es tut mir leid, ich finde es nicht. Oder die erste Abbildung einer Schusswaffe. Ich versuche etwas zu erkennen, was fehl am Platz ist, aber... Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, egal in welcher Reihenfolge wir die finden, ist es immer... Okay, also Menschen rennen. Das war's für heute. Und die darauf folgende Fest bietet das Heer der Republik allen neuen Rekruten einen Bonus von drei extra Quadrini pro Jahr. Was ist denn der Quadrini? Wir sind doch bei, äh... Florin, oder nicht? Halt's doch da fest! Okay, wir versuchen's nochmal bei den Docks. Das haben wir ja jetzt gefunden. Vielleicht haben wir ja auch bei dem anderen Glück. Na komm, also das ist hier direkt am Anfang. Das geht auch nicht. Wo lernt man sich so zu bewegen? Ich mach's nicht, ich hab's nicht getan! So, mal gucken, vielleicht finden wir ja was mit dem Pony. Hallo, nimm das Pony. Danke. Okay, also diese Sondereinsatzziele werden wir ganz sicher nicht machen, weil das ist, äh... Fliegen, und im Fliegen bin ich grauenhaft. Also, es können auch einfach ganz normale Schriftzeichen sein. Sind die immer an Wänden, oder sind sie teilweise auch auf dem Boden, oder so? Und an den Docks, das ist so... Unspezifisch! Was gehört alles zu den Docks? Auf der Ehlenstraße! Da ist er, Laju! Bazo, glaubst du du bist schneller als wir? Dann ist er, Laju! Dann ist er, Laju! Oh! 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 Du nervst mit deiner Lanze, ehrlich gesagt! Der ist immer noch mit Pony beschäftigt! Boah! Wir fallen zu da! Ständig die Waffe! Hier läuft ein Nervenfeuer! Ich will nichts damit zu tun haben! Doch, euch Gott segne euch! Oh! Wie ist es denn? Oh! Wie ist denn? Rein kommt man hier nicht, ne? Jetzt geht's Tut mir leid, aber bei dem muss ich jetzt gucken. Ich war ja schon mal, ich hab mir alles angeguckt, aber da ist nichts. Das einzige, was ich jetzt nur machen könnte, wäre... Das ist meh, aber. Hier gucken. Ich glaube es nicht, aber... Gut, ich geh mal gucken. Moment.